Moin oder Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute das The Higher-Lower-Game. Sprich, wir müssen erraten, was wurde mehr gegoogelt. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Erklärung für das Spiel. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in eine Classy-Runde, weil gegen die Uhr zu zocken hätte ich nicht so Bock. Okay, was wurde mehr gegoogelt? Facebook wurde 2 Billionen, würde ich mal raten. 2 Billionen mal gegoogelt und Google an sich, also ich sag, viel lower. Ja, klar, Digga. Benutzt ihr eigentlich heutzutage nur Facebook oder? Ich benutze gar nicht. Ich bin mehr so auf Twitter oder halt Instagram unterwegs. Twitter ist halt quasi schon so das modernere Facebook, meiner Meinung nach. Okay, Amazon. Hm, viel mehr. What? Als ob. Als ob das weniger gegoogelt wurde. Okay, wir gehen direkt in eine neue Runde ein. Brave New World. Ja, Barcelona wurde locker tausende Mal mehrmals gegoogelt. Prison Break. Ich sag, lower. Boom. Übrigens, hier unten seht ihr den Score, ne? Viel lower. Okay, Kraft. Hm. Wurde Kraft mehr gegoogelt als Golf? Das ist die Frage aller Fragen. Ich sag, lower. Ja, boom, Digga. Love Island. Das ist irgendeine Random-TV-Shows Amerika. Wurde natürlich viel mehr gegoogelt. Calvin Harris. Ach, Calvin, Digga. Calvin Harris. Das ist schwierig zu sagen. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Hm. Ich würde sagen, lower. Boah, alle Klick gehabt. Quintana Mobile Film. Ach, scheiße, Digga. Ah. Playgun. Ja, notpull wird natürlich viel mehr gegoogelt. Müssen wir das wirklich fragen? Es wird natürlich viel mehr gegoogelt. And then you crease, man. Ist irgendeine Fußballmannschaft? Ach, scheiße, Digga. Direkt verkackt. Bobby Carole Dyer. Da ist man natürlich viel mehr gegoogelt. Genau, eine Million Mal. Krass. The Silent of Lambs. Viel weniger. Bulli-Meer. Wahrscheinlich Übelkeit. Oder Übelkeit? Ich sag Übelkeit. Ach, Bulli-Meer. Natürlich weiß ich ja direkt, was das dann heißt. Egal. Eden Hazard. Viel mehr. Gleichstand. Puh. Golden Red River. Viel mehr. An sich Tiere werden immer voll oft gesucht. Irr. Scheiße. Das ist jetzt die Frage. Ist er genauer? Gleichstand. Red Lufthin. Viel weniger. Viel, viel weniger. Wenn du das... mehr, 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 mehr. Tom Petty. Ich würde sagen, mehr. 3,35. The Great Escape. Viel weniger. Wayne Red Ski. Viel mehr. Water Skiing. Viel weniger. Locker mehr. Locker mehr. Locker. Scheiße, Digga. Aber egal, Freunde. Wir haben einen neuen Highscore. 13. Übrigens, Highscore City dann hier unten in der anderen Ecke. FA Cup. Öh, weniger. Tuberkulose. Deh. Weniger. Das Bild weg. Weniger. Meere. Duck Duck Go. Weniger. What? Was ist das? Was ist Duck Duck Go? Wow. Jetzt joke ich rein. Okay, letzte Runde. Monaco Crump Pricks. Ach komm halt, ob das so wenig gegoogelt wird, Digga. Really? Als ob.